Jetzt schieße ich einen ab. Alter Schwede, da explodiert einem ja die Kehle. Oh, wow. Ich bin Rülpsmeister. Aber ich kann lauter. Na, dann roll los. Ach nee, lass mal, ich rauf gleich über. Lach, Zange. Okidoki. Was ist denn nun? Sitzt ihr quer? Das ist mehr als nur cool. Maxwell Plingers, Marketing Manager. Slaggerade Sportdrink, die extremste Limo der Welt. Eine Zeigerspitze zu spät. Wir haben keinen Rülpser mehr übrig. Heute ist trocken im Schacht. Würdet ihr vielleicht unseren neuen Drink testen? Slaggerade. Der Drink, der beim Runterschlucken genauso zecken tut wie beim Rausrülpsen. Für nothing? Oh ja, wenn das so ist, her mit der Brühe. Für Umme ist immer gut. Ausgezeichnet. Aus euch mache ich Megastars. Euch werden alle Schnitten der Stadt hinterhergeifeln. Auf jeden Fall. Fette Sache, das. Wenn ihr nur eine einzige Dose Slaggerade verkauft, werdet ihr die Stars in meinem TV-Werbespot. Ihr werdet euch vor hübschen Törtchen nicht retten können. Ich bin am Start. Törtchen, all die süßen kleinen Kringeln. Ihr dürft nur eins nicht vergessen, den Slogan. Das Zeug zickt. Ist schon klar, Alter. Hauptsache, es kringelt. Vielleicht mit der Aktion landen wir voll den Strike. Na, das ging ja leicht. Wow, da hoppelt schon die erste Öcke um die Ecke. Was? Wer? Wo? Das müsste ein Picknick im Park werden. Passt mal auf, wie das geht. Hallo, junge Frau. Haben Sie fünf Mäuse? Hä? Fünf Mäuse, du alte Schabracke. Siehst du, ist ganz easy. Kannst du wechseln, Bürstchen? Verbrechensbekämpfung macht mich immer durstig. Habt ihr vielleicht was zu trinken für eine alte, schwache Dame? Logo! Wir haben zufällig was dabei. Ihr seid wirklich unheimlich nett. Wechsel und hopp rein in den Kopf. Die Seniorenbrause kostet fünf Dollar. Also her mit der Asche. Bock auf was zu süffeln, Meister? Ist das eine optische Fäuschung oder verkauft ihr zwei da unten Limos? J.T. Trash. Was hast du denn hier zu suchen? Gib mir eine Limo, Schnuckelchen. Kannst du knicken? Red doch keinen Schotter. Ja, wir müssen so'n Teil verhökern. Ja, natürlich. Teil verhökern Erfolg haben. Bräute klar machen. Das macht 500 Taken Trash. Das war schrottreif. Du rückst ja wie eine Bisamratte ohne Bisam. Und jetzt her mit der Kohle. Ich darf anschreiben, Oster. Der macht sich vom Acker ohne zu löhnen. Trella! Ist ja wohl ein obersoftiger Drink. Cool. Hey, Müllmännchen. Hast du einen Brand? Wie wär's mit einer ultra starken Limo? Vergesst es. Ich hab alles dabei, was ich brauche. Ihr klemmt voll. Komm, wir gehen. Auf allerkeinsten. Trink, bezahl, verschwende. Und zwar sofort. Oder ich falte deinen Laster zusammen. Siehst du es, Lex? Man muss sich nur durchsetzen können. Ein anderer Mann vielleicht. Macht's gut. Und? Hat er abgedrückt? Nein, aber dafür habe ich das hier gefunden. Und er hat nichts geschnallt. Beim nächsten Typ wird's bestimmt funktionieren. Ich hab ein gutes Gefühl. Ach ja? Und was ist, wenn der auch wieder Nein sagt? Dann werden wir ihn davon überzeugt. Hey, stehenbleiben, du Dieb! Knappen Sie ihn! Ma'am, er hat ein Auto und ich hab nur zwei Plattfüße. Kein Problem. Nehmen Sie mein Gefährt. Meinen Sie wirklich? Aber ja, Officer. Man hilft auch gern, wo man kann. Das wird ja lustiger, als ich gedacht habe. Mach die Bremsklöpster scharf. Wir hätten da ein Erfrischungsgetränk für dich. Verschwindet. So ein Spezialkreis, nur fünf Dollar. Vergebt es, mein Geld kriegt ihr nicht. Jetzt geizt dich nicht so ein, nur fünf leckerliche Schleifen. Na schön, wenn ihr es unbedingt so haben wollt, kein Problem. Gebt ihr endlich auf? Fünf Dollar! Na schön, mal sehen, was ihr dazu sagt. Für dich? Nur fünf. Ihr habt keine Chance. Na, was sagt ihr jetzt? Wiedergewonnen. Ich bin der größte Dieb auf der Welt und jetzt hab ich den größten Durst auf der Welt. Schlaggerade, die Limonade der Profis, heute nur fünf Dollar. Danke. Hier, du Fettflutsch. Reicht rüber, Alter. Dich zu jagen ist ganz schön anstrengend. Sachte, sachte, Officer. Wie wär's mit nem kleinen Durstlöscher? Danke. Ist doch nicht gestohlen. Oh, wo denken Sie hin? Zieh dir den rein. Der hat wohl vergessen, Benzin zu stibitzen. Ah, das tut gut. Junge, ist das Oberfett? Der geht gleich ab wie ein Knallbonbon. Das zwirbelt uns das Trummelfell weg. Bin ich das gewählt? Neuerlich. Und Schnitt. Das war alles für heute. Gratuliere, du bist mein neuer Star. Ich danke vor allem meiner Mutter und allen, die an mich geglaubt haben und meinen Fans. Sie haben eine große Karriere vor sich, Officer. Hey, ich dachte, wir sind hier die Stars. Vielleicht beim nächsten Mal. Viel Glück, Jungs. Hey, Alter, wir haben voll verloren. Das seh ich überhaupt nicht ein. Der Bulle hat den Job abgesandt. Aber trotzdem sind wir noch Gewinner. Du hast doch wohl ein Ding an der Banane. Wir haben doch noch die zwei Dosen und davon ist eine für Milch und... Also ran an die Kanne. Boah, Ruhe!